Endlich ins Penthouse, yeah! Sei doch, keine Taubenleber! Diese, ein Faustillion, was ist ein Faustillion? Ich, ich kenn diese, diese Worte kenn ich alle nicht. Ich will sie alle benutzen. Jetzt hat man keine Taubenleber. Wir kriegen das hin. Ich kann es nicht glauben, dass ich es endlich ins Penthouse gemacht habe. Wer ist das jetzt? Was machst du hier? Um, du weißt, nur nachher. Ich glaube, ich werde das erlauben, solange du mich nicht erlauben. Oh, das kann er also erlauben. Wie nett. Ein geheimer Eingang. Was ist denn da los? Schau... Hier. Ich fühle mich einfach, wenn ich diese strange Runen schaue. Sie haben eine Art, du weißt, Power über mich. Interessant. Leuchtender Kristall. Bleib weg von meinem Kristall. Ich wollte nur schauen. von meinem Kristall. Viel mehr kann man ja eh nicht machen. Rede mit Xavier. Hey, Neugost. Ich sagte dir nicht, mich zu bemerken. Ja, ja, ja. Ich wollte nur noch mal fragen. Du bist ein Raufbold und Tyrann. Ist es überhaupt nicht so, dass ich wieder mit meiner Daughter zu sprechen kann? Nicht eine Chance, Neugost. Nur das Kristall hinter mir wird dir die Möglichkeit geben. Und du sie nie bekommst. Ah, alles klar. Okay, ist das gut. Kann ich bitte das Kristall haben, damit ich mit Dolores eine letzte Mal sprechen kann? Nicht eine Chance, Neugost. Das Kristall hinter mir hat ungeklagte Macht. Und niemand wird es überhaupt bekommen. Hmm. Sorry, you know, to bother you, Xavier. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Konfrontation läuft nicht so richtig bei ihm. Better than the view from the balcony. Ja, okay. Aussicht. Great view. I can see everything from here. Ich glaube, darum geht's wahrscheinlich auch. So, hier haben wir nämlich sonst ja nischt. Wir können nix machen im Penthouse. Wir haben nur den Kristall und den geheimen Eingang. Was? Wir seppen mal. Ah, puste. Ah, ha. Interessant. Rede. Nein, das geht auch mal nicht. Ja, 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 ja. Wir können da also rein gar nichts machen. Wir brauchen den Kristall. Wir müssen irgendwie an Xavier vorbei. Das geheime Buch der Beschwörungen. Einen Altar haben wir hier aber auch nicht, ne? Auf der Thimblecon haben wir da vielleicht ein Altar? Ich weiß es nicht. Äh, vor allen Dingen, wie kommen wir denn zur Thimblecon? Das ist ja auch noch das Problem. Und das Werkzeug hier wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, hab ich gedacht. Ich probier's trotzdem mal. So, einmal kurz hoch. Er wird uns mit Sicherheit nicht helfen können. Ja, ja, ja. Can you fix this watch? If you fix the watch, I promise I'll prove your innocence. Here's my watch for you to fix. But do you think I can fix it with my teeth? Come back when you have some proper tool. Mist. Und schau dir das wunderschöne Geräusche. Und spiel mir ein paar Theremonenmusik. Nichts in da, aber scharren Trash. Füllt mit schmerzen Trash. Ah, ist da okay. Ja, kurz hier gucken. Pet Emporium. Röhrs Ars. War das in der Hauptstraße? Das war glaube ich... Ah, das war in der Hauptstraße. Ah, alles klar. Ciao. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau. Hier ist es deiner. Danach kommt nichts mehr. Also müssen wir... Hä? Pizza Meeting. Bitte was? Secret Pizza Meeting. Ach, das ist Shit. What a free Pizza Coupon. Wink, wink. Wink, wink. Ist die Pizza gratis doch geboren? Für diese Verkleidung könnte ich's verhaften. Soll es ein Einmacher sein? Was mit der Bekloppenstatt nur los. Das Secret Pizza Meeting. Hm. Is the pizza free or the coupon free? Ah. Hm. Hm. I don't think I understand. Mhm. What's up with this nutty town? Something odd is going on. You've noticed it too? No way. Have you heard the beeps and bleeps and buzzes? Do you know about the meeting? Meeting? Na klar. Sag doch einfach, ja klar weiß ich vom Treffen. Meeting? What meeting? Who are you? Are you the cops? Nein. Tourist im Urlaub. Ich bin Bundesagent. Ich bin Bodenbelagprüfer. Ah, Bodenbelagprüfer? Scheiße. Floorinspektor war das. War das nicht damals Floorinspektor? Ich weiß es gar nicht. I'm a flooring inspector. Flooring inspector. You're fed. Nein. Aber ich konnte es mit dem Husten sagen. Ah, ich wusste es einfach. Ich weiß es meine Recht. Ich muss eine Warrant sehen. Das ist ein illegales Verwalt. Naaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh! Well, das hat schnellskaliert. Ein Pizza-Flyer. 20 Dollar All You Can Eat. Gratis Movietron Filmverleih. Einzige Pizza... Beste Pizza in der Stadt. Einzige Pizza in der Stadt. Thimbleweed Pizza Kommt zum geheimen Treffen Elektrischer Zaun nicht berühren 813532 Zum geheimen Treffen Das geheime Treffen Ok gratis Movietron Filmverleih, können wir das aus den anderen schnipseln Hat jemand, hat jemand ne Schere Hat, hat jemand Hat denn jemand ne Schere Wir kriegen jetzt auch nen Film, das finde ich sehr gut Aber wir kommen immer noch nicht Sekunde bevor ich jetzt mit den anderen quatsche Hallo Freunde Hier Hier ganz vorne war das, ne Willys irgendwas Zugenagelt eigentlich Scheiße, aber auch noch Werkzeug Wir können es auch nicht, das hier Ja, war nur ein Versuch War nur ein Versuch Hat jemand ne Schere Vielleicht von den lustigen Herrschaften Nein Offenbar nicht Aber können wir die Sachen nicht auch so rausreißen Ich meine es ist Papier Ok, Entschuldigung Also mal anschauen Hier kann ich auch nix antippen Dann versuche ich mein Glück mal so Ich gehe auf der Hauptstraße einmal weiter Ich hoffe ich kriege nen Rest zurück Ich muss wahrscheinlich den Coupon ausschneiden erstmal Aber Ich weiß nicht wo ich ne Schere herkriege Ah, es geht auch so Ah, alles klar Eine Betamax-Tape Mhm, Pizzaverleihe haben wir immer noch Gratis-Movietron-Filmverleihe, super Und eine Beta-Kassette Es ist eine Betamax-Tape, die ich nicht sehen kann Weil keine Betamax-Player existieren in dieser Stadt Blazing Saddles von Mel Brooks Ha, ich liebte es Aber nicht so sicher über den Enden Ich kenne Mel Brooks, ich liebe Mel Brooks Aber den Film kenne ich glaube ich gar nicht So... Quickie-PAL Kann ich dir helfen, etwas zu finden? Mhm, mhm Weiß ich nicht ehrlich gesagt Woah, die FEDs sind zurück Was bringt dich wieder zur Stadt? So... Ah, jetzt kann man ein bisschen was anderes fragen Sehr gut Wir sind zurück in der Stadt Tieren auf Lose-Ends Oh, ich verstehe Lose-Ends Wink, wink Ich bin nicht sicher, was ich meine Ich meine, ich verstehe was du mit Lose-Ends Ich bin cool, Mann Du musst dich nicht koi mit mir Ich werde meine Lippen auf deine Gnarly-Biz Buh, 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 buh Ich ehrlich, habe keine Ahnung, was du denken wir machen Du, du sind wie der total James Bond deal, richtig? License to kill und all das tubular jazz? Haha Ich werde nicht sagen, wenn du hierher kommen um diese Lose-Ends Du denkst wir hier, um jemanden zu murderern? Das ist das für Lose-Ends, was für das? Nein Komm schon, du kannst mir sagen Ich bin großartig, Bro-Ski Unless... Haha Ich bin der Lose-End? Haha Ich schwöre Ich war nur auf diese Dinge für einen Freund Bitte, mich nicht schuldig, Mann Ja, dann bitte aushändigen jetzt Was ist das Problem mit der plant? Ich weiß nicht, was du sagst? Ich habe noch nie gesehen, in meinem Closet, bevor Ich dachte, es war eine Tomato-Plante Ich war über die plant auf der Kounter, da, Sir Phew! Für eine Minute da, ich dachte, ich war Busted Good save, Leonard Ja Warum hast du eine man-eatinge plant in der Karte? Mein Chef dachte, es könnte ein paar Rats das liebte über die Karte Die Kunden liebte nicht zu sehen, wenn ein Rodent auf ihre Gründung Siehst du? Ja Aber so far, all die es getan ist, ist bite ein Finger auf ein Kind, der versucht zu lift eine Karte Boy, did we get some credit for that. Can you tell me anything about the Pillow Factory? Uh, other than it being the greatest achievement in Thimbleweed history? Yes, other than that. Nah, I'm afraid I can't. Factory has been locked up for years. Hm. You gotta go. Catch you on the flip-flop, dude. Okay, die Menschenfressende Pflanze hat also einen Finger. Aber der ist wahrscheinlich schon verdaut, würde ich sagen. Levos Bärenabwehr, schon wieder. Können wir das wieder mitnehmen? Alles klar, können wir vielleicht noch brauchen. Ansonsten Lotto, Briefschlitz, la la la, Pfandflaschen haben wir keine mehr. Ähm. Ne, alles gut, ciao. Okay, Movietron, wir haben die Beta-Kassette. Ich weiß nicht genau, was sie damit machen soll. Ähm, dann gehe ich nochmal ganz kurz auf sie und sie folgt ihm nochmal ganz kurz. Dann gehen wir auch in den Laden und befragen den Typ nochmal. Warum nicht? Die alte Spionin. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht von ihr, weil ich dachte, sie ist halt wirklich ein Fett. Äh, schon kommen. Willkommen zu Quicky, Pal. Kann ich euch helfen, wenn ich es finden kann? Whoa, die Feds sind zurück. Äh, natürlich. Was bringt dich wieder nach Hause, Dudett? Äh, schon. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was du denkst, du denkst, du denkst, aber du denkst niemals auf mich wieder. Ich meine, ich verstehe, was du denkst, bei Loose Ends. Ich bin cool, Mann. Du musst mich nicht kohy sein. Ich werde meine Lippen halten. Ja, ja, okay, gehen wir mal. Ich habe ehrlich gesagt, was du denkst, wir machen. Du, Dudes, sind licenstig. Ich werde nicht sagen. Ja. Äh, schon. Äh, schon. Ich weiß nicht, was du denkst, was du denkst, was du denkst, was du denkst. For a minute there? I thought I was busted. Good save, Leonard. Why do you have a man-eating plant in the store? My boss thought it might eat customers, duh. But so far all... Boy, did we get some cred for that. Can you tell me... Ah, other... Yes, other than that. Nah, afraid I can't. Factory has been locked up for years. Ah, das ist klar. Wir kriegen keine neuen Infos, nur das gleiche Gespräch in grün. Gotta go. Catch you on the flip-flop, Dude. Tschüssikowski! Weit ist da los? So. Ähm, das Buch der Toten haben wir, ja? Aber wir brauchen einen geprüften, offiziell lizenzierten Altar. Ich frage mich immer noch, ob es den auf der ThimbleCon gibt. Ich gucke mal ganz kurz. So. Und dann zappen wir nochmal hier hin. Sie sieht nicht so glücklich aus, die Clara. Nicht so glücklich. Kompany. Thank goodness, du bist zurück. Ich frage mich immer noch mal ganz kurz nach. Hier, die Fernsehserie kriegen wir hin. Wie können wir, du weißt, raus aus dem Hotel? Xavier hat eine secretische Schambe in der Pfingstelle, wo er ein Spell schlägt, um nach dem Hotel zu fahren. Ich weiß nicht, wie er es macht. Es gab ein spezielles Buch von außen dem Hotel und es gab auch noch etwas anderes, ich glaube. Okay, der Kristall wahrscheinlich. Bye und gute Glück, Clara. So, im Gespräch wartet der Fahrstuhl, netterweise. Das ist sehr lieb vom Fahrstuhl. So, und wir schweben auch kurz dahin. Die Tür zu ThimbleCon. Ja, ja. Haben wir hier ein Altar vielleicht irgendwo? Oh, ja. Es ist eine Bühne, es ist kein Altar. Ein offiziell lizenzierter Altar. Bücherstapel. Das ist ja alles dabei. Raumschöne Flaschen. Aber kein Altar. Der hätte hier gut sein können. Oh Mann, ich will hier rein. Mit einem Lebenden, um zu reden. Wir müssen unbedingt irgendwie ein Ticket gewinnen. Verdammte Axt. Wie können wir ein Ticket gewinnen? Wir müssen irgendwie vielleicht wieder zur Radiostation. Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn der Clown zur Radiostation geht. Reden konnte er da sowieso nicht. Oder warte mal, was passiert, wenn der Clown überhaupt mal, ähm... Wo ist das Hotel normal? Da. So. Ohne Eintrittskarte kommen wir wahrscheinlich auch als Clown nicht rein, würde ich vermuten. Mist. Wann announcen die es denn endlich? Ach, guck mal, wer hier steht. Wann announcen die es denn endlich, verdammte Axt? Der Funkturm. Müssen wir mal wieder hoch? Einer muss, ja? Und nur, da man mit der Ballon kann es. Ach, wie schön der Hintergrund einfach aussieht. Ich mag das. Ich hoffe, das wird später noch abgekürzt. Das dauert nämlich ganz schön lange. Aber die Sterne flimmern, wie... Ich mag das Detail, dass die Sterne flimmern. Ja, 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 alles klar. Regler, sonst haben wir hier nichts, ne? Geh zur Turmspitze. Und ich frag mich immer noch, was ist das für ein Signal? Das ist doch bestimmt Chuck. So, Zielregler. Jetzt besser rauskommen. Oh nein, wir sind wieder aus dem Luft. So, nehmen wir mal ruhig ihn. Ähm, und jetzt die Karte zum Radio. So. Toll. So. Plattenteller, Regler. Wir brauchen eine andere Platte, ne? Wir brauchen unbedingt eine andere Platte. Die hier ist festgeklebt, da hinten. Verdammt. Wo kriegen wir eine andere Schaltlotte her? Scheiße. Scheiße, scheiße. Nice. Scheiße, scheiße. I can't. It's been glued to the desk. Ah, das hat's geklebt. Scheiße, scheiße, scheiße. Oder muss ich vielleicht auch mal das Programm umschreiben? Das geht wahrscheinlich nicht gut. Ja. 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 Den Regler verbiegen geht also auch nicht oder rausreißen geht auch nicht. Was können wir noch tun? Zum geheimen Treffen elektrischer Zaun. Wo ist denn der elektrische Zaun? Ähm, hier ist auch ein Funkturm drauf, also wären wir da quasi am elektrischen, theoretisch. Hm, redeemed, also eingelöst, alles klar. Aber trotzdem müssen wir zum Geheimen treffen. Oh, oh. Das gibt Stress. Oh, oh. What are you doing in my control booth? Äh, well. I'm a federal agent and, äh, I'm leaving now. Thank you for the music. Hm. Okay. All back to normal again. Ich würde gerne beim Gewinnspiel teilnehmen. Ich würde gerne die Karten, hätte ich gerne gerade mitgenommen, geht aber nicht. Elektrischer Zaun. Ich kenne eigentlich nur einen Zaun und der ist an der Fabrik. Ich weiß aber nicht genau, ob der gemeint ist. Ist der elektrisch? Warnung, baufällig. Die ist auf jeden Fall kein Treffen. Elektrischer Zaun.